Es wurde wieder eine mysteriöse Tierattacke gemeldet. Seine Zähne sind 30 Zentimeter lang. Seine Klauen können dich halbieren. Es ist 9 Meter hoch und es ist sehr, sehr hungrig. Hey Johnson, was ist passiert? Johnson! Feuer frei! Ja! Nach tausenden von Jahren steht die Menschheit den gewaltigen Kräften der Urzeit gegenüber. Eric Roberts. Cobben Bones. Raptor. Überleben steht nicht zur Debatte.